Jojo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier vom Daily Shop und heute mal mit ziemlich vielen coolen Neuerungen und zwar erstmal ganz kurz vorweg gibt es jetzt das neue Starter Pack, das kommt heute raus, in manchen Regionen auf der Welt ist das bereits verfügbar aber auf jeden Fall wird es sich für alle auch im Laufe des Tages heute freischalten ich glaube auf der Playstation kann man das halt jetzt schon bekommen, die PC-Spieler und anderen Spieler müssen halt noch ein bisschen warten aber das wird heute im Verlauf des Tages halt freigeschaltet werden das ist auf jeden Fall das Kobayt Pack, ich blende euch mal an den Screen ein wie das ausschaut das wird 5 Euro kosten, also 4,99 Euro wird es hier im deutschen Raum kosten und man bekommt diesen ziemlich nicen Kobayt Skin, dazu noch den Backpack und 600 V-Bucks also im Grunde zahlt man ja halt schon für die 600 V-Bucks 5 Euro und dementsprechend sind Skin und der Backpack eigentlich fast kostenlos also ziemlich, ziemlich nices Pack, sowohl schon mal dazu und Leute, dann gehe ich direkt mal hier auf den Item Shop, denn er ist endlich da der Taxifahrerskin ist raus, richtig geiler Skin für 800 V-Bucks, auch sehr, sehr cool, werde ich gleich nacheinander zeigen dann fangen wir erstmal an mit der linken Seite, dort haben wir endlich wieder diese Pest-Skins drin, die ich ziemlich feiere schon als die das erste Mal rauskamen, habe ich gesagt, boah, die gefallen mir auch der Backpack hier von dem männlichen Skin, sehr, sehr cool der weibliche Backpack, den finde ich nicht so nice, dafür finde ich den Skin ein bisschen cooler dazu haben wir dann noch die Hacke, den Heroldstab genau, mit diesem Sound und noch das Lampenlicht für 800 V-Bucks dann kommen wir schon zum zweiten Slot, und zwar zum Highlight des heutigen Tages dort haben wir den neuen Taxifahrerskin drin, so schaut der aus, der Ben, richtig geiler Skin ich zeige ihn mal hier von allen Seiten, der gefällt mir auf jeden Fall richtig gut für 800 V-Bucks ist ein super guter Preis, das kann ich auf jeden Fall empfehlen ich glaube der weibliche Skin, der war auch schon alleine ultra beliebt, richtig cooler Skin auch und jetzt gibt es den quasi noch in männlich, das Set wurde also erweitert und ja, finde ich richtig nice, den Skin werde ich mir auch direkt hier holen und ich werde den auch gleich einfach dreimal an alle meine Abonnenten verlosen das heißt also, falls ihr den Skin hier komplett kostenlos haben wollt, müsst ihr einfach nur ein Abo da lassen und mir ein Foto davon schicken, wie ihr Snox hier als Creator eingetragen habt also geht kurz in den Fronten-Shop, tragt dort Snox hier ein, klickt auf den Taxifahrer drauf, hier auf diesem Skin und dann seht ihr hier mit diesem Kauf unterstützte Snox hier, steht hier unter dem Skin dann drunter und davon macht ihr einfach mit eurem Handy ein Foto und schickt es mir auf Instagram auf Instagram heißt ich Snox, also wieder ohne das hier am Ende dran einfach nur eine private Nachricht mit dem Foto schicken oder mich auf dem Foto markieren ist auch kein Problem, falls ich eure Nachricht nicht lese oder noch nicht angeschaut habe ihr nehmt automatisch am Gewinnspiel teil, also keine Sorge ihr könnt es auch gerne per E-Mail oder per Twitter einschicken, das ist gar kein Problem auf jeden Fall alle Leute, die das bis heute Abend machen, können dann den Taxifahrer-Skin hier gleich dreimal gewinnen also ja, könnt gerne teil, falls ihr den Skin haben wollt dazu gibt es wie gesagt dann noch den Boxenstopp-Skin für 800 V-Works ein ziemlich geiler Skin, auch der wurde ja extrem gerne gespielt und ja, ist auch zu Recht einer der beliebtesten Skins in Fortnite dazu gibt es dann noch die beiden weiteren Items, die ich persönlich eher nicht so feiere das ist einmal die Siegesrunde für 500 V-Works mit diesem Sound fand ich jetzt irgendwie noch nicht so überzeugend und den Taxi-Gleiter für 500 V-Works ja, den finde ich in Ordnung, ich würde sagen passt auf jeden Fall zum Set, aber jetzt so besonders krass finde ich diesen Gleiter jetzt persönlich nicht die Skin-Skin auf jeden Fall halt richtig nice deswegen kann ich die auf jeden Fall empfehlen da kommen wir schon zur rechten Seite des Hotting Shops dort haben wir erstmal das wahre Herz drin die Musik ist auf jeden Fall richtig nice dann haben wir noch die Überlebenskünstlerin drin für 1200 V-Works passen die auch gestern zum Jolly Roger-Gleiter ähm, ja, finde ich in Ordnung ich bin jetzt nicht so der größte Piraten-Fan dann haben wir noch die Siegerehrung drin man bekommt so ein paar Rosen zugeworfen und steht im Rampenlicht dann haben wir noch den Hyperion-Skin drin für 1200 V-Works noch den Schneidezahn für 800 V-Works und im letzten Start des heutigen Tages dann den stabilen Flug für 500 V-Works die letzten drei Items, ja, sind in Ordnung würde ich sagen, keine schlechten Items aber so besonders krass würde ich sie jetzt nicht empfehlen aber, ja, falls sie euch gefallen kann man da auf jeden Fall zuschlagen jo, das war's dann schon zum heutigen Fortnite-Shop wenn euch das Video gefallen hat hier, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da falls ihr neu seid, könnt ihr gerne jetzt noch abonnieren und auch gerne Snogsy als Creator eintragen um, oh Gott, mein Wecker es ist 4.30 Uhr in der Nacht, Leute ja, falls ihr mich unterstützen wollt dafür, dass ich in der Nacht aufstehe könnt ihr gerne Snogsy als Creator eintragen und wenn ihr mir dann heute auch noch ein Foto schickt wie ihr das hier beim Taxifahrerskin eingetragen habt dann könnt ihr den Skin heute komplett kostenlos gewinnen also, ja, nehmt, macht das gerne schnell selbst, falls ihr es schon mal gemacht habt einfach nochmal neu teilnehmen einfach nur Snogsy neu eintragen und dort, ja, mir ein Foto von schicken geht ganz schnell und ihr könnt auch gerne, wenn ihr kein Instagram habt per E-Mail oder Twitter teilnehmen und wie gesagt, ist auch nicht schlimm falls ich eure Nachricht nicht lese ihr nehmt automatisch teil jeder kann natürlich gewinnen und jo, dann habt ihr auf jeden Fall einen schönen Tag ihr könnt jetzt noch recht zum Abstimmen, wie ihr den heutigen Shop fandet also, top oder flop und dann haben wir uns morgen wieder zum nächsten Daily Shop vielleicht heute zum nächsten Video noch ich hab schon, äh, an einem ziemlich aufwendigen Video gesessen also, vielleicht kommt das heute wir werden es sehen und, ja, bis dahin macht's gut und hat rein tschüss 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 tschüss